Ich muss mich auch dieser Verantwortung stellen, aber Fehler, die in einem Spiel passieren, die müssen ausgebügelt werden. Das ist unser Thema. Und ich muss ehrlich sagen, was wir da in, ich glaube, dass die Spieler, wir können 100.000 Gründe finden, warum wir in diese Situation gekommen sind. Es ist alles schon zehnmal rauf und runter diskutiert worden, wo wir beide in die Verantwortung genommen werden, wo alles Mögliche diskutiert wird. Jetzt ist die Diskussion, die Fans haben die Unterstützung eingestellt. Darüber zu diskutieren, das ist einfach nur lächerlich. Wir alle und die Spieler können froh sein, dass wir nicht ausgefischen worden sind in der zweiten Halbzeit in Sandhausen. Wir haben jetzt zwei Spiele abgeliefert, die wir beide nicht hätten verlieren müssen, überhaupt nicht. Aber was wir erwarten können von der Mannschaft und was wir erwarten müssen, wir als schottlich Verantwortliche, alle, die hier im Klub arbeiten und die Fans erst recht, ist, dass jeder, der auf den Platz läuft, egal ob jung, ob alt, ob vielleicht noch irgendwelche Fitnessprobleme oder ob so und so viele Spieler fehlen, das ist völlig uninteressant. Was wir alle erwarten können, ist, dass man alles in ein Spiel hineinlegt, kämpft, bis der Arzt kommt und damit signalisiert, dass man ums Überleben kämpfen will. Und das ist nicht der Fall gewesen. Wir können nicht akzeptieren, dass die Spieler sich in der Wohlfühloase befinden, dass wir dann noch sagen, der Trainer wird nicht entlassen, der Sportdirektor wird nicht entlassen, die Fans unterstützen die Mannschaft bis zum Gehtnichtmehr. Und dann sind unsere Spieler nicht in der Lage, Fehler, die irgendjemand macht, auszubügeln, das erste Tor, was wir kriegen. Da können fünf Leute diesen Fehler ausbügeln. Und alle verlassen sich darauf. Sie wollen mich jetzt unterbrechen? Wenn Sie jetzt ein Spieler gewesen wären, in dieser Situation, das hätten Sie nicht überlebt. Fehler, dass Leute Fehler machen, dass Spieler Fehler machen, ist normal. Gerade in der momentanen Situation. Aber dass wir dann fünf Leute haben, die zugucken und stehen bleiben, obwohl wir das Coachen bis zum Gehtnichtmehr ansprechen in der Besprechung und auch vor dem Spiel uns. Das ist nicht zu akzeptieren. Und da sind die Spieler in der Verantwortung. Da ist die Mannschaft in der Verantwortung. Und das ist nicht das Verhalten, was wir von Spielern erwarten und erwarten müssen und was jeder zu erwarten hat. Das ist die Basis, um da unten rauszukommen. Und dann wollen wir uns nicht über Taktik und über spielerische Qualitäten unterhalten. Wir hätten jedes Tor, jedes beschissene Tor, was wir in den letzten Wochen und Monaten gekriegt haben, hätten wir verhindern können, wenn noch einer und noch einer und noch einer den Willen aufgebracht hätte, noch mehr nach hinten zu laufen. Früher loszulaufen. In dem Moment, wo ich überspielt bin, muss ich hinter den Ball kommen. Und dann kann man sehen, was passiert. Da können fünf Leute den Fehler machen. Der Sechste kann ihn ausbügeln. Und das haben wir nur individuell in ein paar Situationen gehabt, wo mal der Marvin Duxch 40 Meter zurückläuft, wo der Duziak mal 30 Meter zurückläuft, wo der Rosin mal 30 Meter zurückläuft. Und sofort gewinnt er den Ball in der einen Situation. Das wäre wieder eine hundertprozentige Zorchchance. Aber kollektiv, das müssen wir erwarten. Kollektiv, dass alle alles geben, um ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Rein läuferisch, rein kämpferisch. Das andere kommt dann von alleine. Denn mit der gleichen Energie, mit der ich dann 40 Meter nach hinten sprinte, sprinte ich auch nach vorne. Das machen wir genauso wenig. Das machen wir genauso wenig, sondern nach hinten drücken einige die Daumen, dass sie das hinten regeln. Und nach vorne drücken andere die Daumen, dass sie das vorne regeln. Und das müssen wir schleunigst ändern und das müssen die Spieler abstellen.